Ich fühle mich sehr gut und ich bin total glücklich über meine neuen Zähne. Ich hatte vorher ganz hässliche Zähne, ein hässliches Gebiss hat mich eigentlich immer geschämt und bin jetzt einfach nur überglücklich. Ich habe gefunden hier, dass die Behandlung besser ist als in Deutschland. Man ist hier keine Nummer, sondern man wird als Mensch noch gesehen und wird auch als Mensch behandelt und auch dementsprechend die ganze Behandlung ist dementsprechend positiv.